Erste Infos betreffend dem X40 von Dreamy hatte ich euch ja bereits gegeben, viel spannender ist aber die Frage, was vielleicht ein Dreamy X30 Ultra bzw. L30 Ultra so an Features bietet, denn das könnte die Serie sein, die dieses Jahr noch zu uns kommt. Und damit wieder herzlich willkommen zu Smart Home TV und in diesem Video werfen wir einen Blick auf den Dreamy X30 Ultra. Dieser soll noch im Februar in den USA in den Verkauf gehen, somit denke ich steht einem Release dieses Jahr bei uns auch nichts im Wege, auch wenn das nur meine Vermutung ist. Durch den Release in den USA heißt es nun auch, dass wir die Features des X30 Ultra kennen. Die Saugleistung liegt wohl bei 8300 Pascal und das wäre im Vergleich zum S8 Max V Ultra von Roborock etwas weniger, auch wenn das natürlich nicht schlimm ist, denn alles oberhalb von 5000 Pascal ist schon wirklich ordentlich. Interessanter wird es bei der Mob X10 Technologie, die um etwas Flexibilität erweitert wird, denn nun kann der Dreamy den Mob hinten rechts nicht nur ausfahren, sondern schwenkt im ausgefahrenen Zustand auch unter Möbel, um somit auch nochmal eine etwas bessere Reinigung zu gewährleisten. Ebenso dabei eine sogenannte Tree-Cut-Bürste, die das Umwickeln der Haare verhindern soll, denn die Bürste schneidet die Haare einfach durch und dadurch werden die Haare dann besser in den Staubbank geleitet. Die Mobs werden mit 60 Grad heißem Wasser innerhalb der Station gewaschen und ebenso mit Heißluft getrocknet, aber nicht nur das, denn die Station soll sich wohl auch selbst mitreinigen, was den Wartungsaufwand nochmal um einiges verbessern sollte. Der integrierte Staubtank wird etwas größer als beim L20 Ultra und fasst nun 350 ml anstatt 300 ml und er bekommt im Vergleich zum L20 Ultra auch einen etwas größeren Akku spendiert mit nun 6400 mAh, der L20 Ultra hatte noch eine 5200 mAh Batterie. Bei der Schmutzerkennung, Teppicherkennung sowie der Hindernisvermeidung hat sich im Vergleich zum L20 Ultra nichts weiter getan, da nutzen beide die gleiche Technologie. Man könnte also sagen, dass ein sehr gutes Gerät noch besser gemacht wurde. Ob es sich jetzt lohnt vom L20 Ultra auf den dann wohl erscheinenden L30 Ultra umzusteigen, muss man dann selber entscheiden. Klar, es sind neue Features dabei, aber ich denke auch mit dem L20 Ultra ist man erstmal noch gut bedient, wenn man diesen zu Hause hat. So dass man vielleicht einfach auf den Nachfolger des L30 Ultra wartet. Was sagt ihr eigentlich zum X30 Ultra Modell, welches bald in den USA erscheint und welchen Saugwischroboter nutzt ihr eigentlich gerade zu Hause? Schreibt es gerne in die Kommentare. Hat euch das Video wieder gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da dafür, abonniert diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Ich sage, danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.